Deutschlandfunk 1 Uhr, die Nachrichten. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat eine Überprüfung der staatlichen Gasumlage angekündigt. Der Kreis der berechtigten Unternehmen solle möglichst verkleinert werden, sagte Habeck nach einem Bericht des Nachrichtenportals Welt beim Westfälischen Unternehmertag in Münster. Grundsätzlich bestehe zwar ein Anspruch auf Geld aus der Umlage auch für Unternehmen, die nicht in existenzieller Not seien. Man werde sich jetzt aber noch einmal genau ansehen, ob es nicht dort einen Weg gibt, diesen Anspruch abzuwehren, meinte der grünen Politiker. Es hätten sich ein paar Unternehmen reingedrängt, die nun wirklich viel Geld verdient hätten und die die Umlage der Bevölkerung nicht brauchten. Dies sei sicherlich moralisch nicht richtig, sagte Habeck. Die Gasumlage belastet neben privaten Haushalten auch das Gewerbe. Die Verkehrsminister der Länder beraten heute über die Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten auf den Nahverkehr. Bei der Konferenz soll es auch um ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket gehen, das Ende des Monats ausläuft. Grüne und SPD warben erneut für rasche Lösungen. Der Grünen-Vorsitzende Nuri Pur forderte im Fernsehsender RTL, dass sich der Koalitionsausschuss der Bundesregierung mit dem Thema befasst. Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Kutschaty schlug als Ersatz für das 9-Euro-Ticket eine Nahverkehrsmonatskarte für 30 Euro vor. Er rief Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst von der CDU auf, dieses Thema in der Ministerpräsidentenkonferenz zu besprechen. Wüst ist deren Vorsitzender. Bremens Verkehrssenatorin Schäfer regte ebenfalls eine rasche Neuregelung für eine preisgünstige Dauerfahrkarte an. Bundesaußenministerin Baerbock wird heute in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen erwartet. Die Grünen-Politikerin will mit ihrem Amtskollegen Kofort über erneuerbare Energien und Klimaschutz sprechen. Beide wollen einen gemeinsamen Plan unterzeichnen, der unter anderem den Ausbau von Windparks in Nord- und Ostsee vorsieht. Außerdem soll eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik vereinbart werden. Die Slowakei setzt weiter auf den Ausbau der Kernenergie. Die staatliche Atomaufsichtsbehörde UJD erteilte die endgültige Betriebsgenehmigung für den neuen dritten Reaktorblock am Standort Mochowtsee. Ein Einspruch der österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000 wurde damit abgewiesen. Ziel der Slowakei ist es, bei der Stromversorgung autark zu werden. Der Bau des Block sowjetischer Bauart hatte bereits 1987 begonnen, wurde aber nach langer Unterbrechung erst 2008 wieder aufgenommen. Er hat eine Leistung von 471 Megawatt. In Istanbul sind die Gruppengegner in der Fußball Champions League ausgelost worden. Der FC Bayern München trifft auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Borussia Dortmund spielt gegen Manchester City, FC Sevilla und FC Kopenhagen. RB Leipzig befindet sich in einer Gruppe mit Real Madrid, Schachta Donetsk und Celtic Glasgow. Bayer Leverkusen trifft auf den FC Porto, Atletico Madrid und Klub Brügge. Eintracht Frankfurt steht in einer Gruppe mit Tottenham Hotspa, Sporting Lissabon und Olympique Marseille. Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Einzug in die Gruppenphase der Conference League geschafft. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart siegte im Playoff-Rückspiel in Ungarn beim Fehava FC mit 3 zu 0. Köln machte damit die 1 zu 2 Heimniederlage aus dem Hinspiel wett. Der Wetterbericht, die Lage. Eine Tiefdruckrinne über dem Westen kommt langsam nach Osten voran und bestimmt mit schwüler und sehr warmer Luft das Wetter. Die Vorhersage. Nachts locker oder gering bewölkt, im Osten vereinzelte Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 20 bis 13 Grad. Am Tag nach teils sonnigem Beginn aufkommende Quellbewölkung. Im Nordwesten und Westen sowie im Alpenvorland einzelne Schauer und Gewitter. Im Norden und Osten sowie in Bayern nördlich der Donau erhöhte Unwettergefahr durch Starkregen. Temperaturen im Norden und Westen 24 bis 28, sonst 26 bis 32 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Samstag im Norden und im Westen Wolken lücken und meist trocken. Im Osten und Süden bei wechselnder Bewölkung erneut Schauer und Gewitter. 20 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten. Das waren die Nachrichten. Untertitelung.